Ja, und ich bin natürlich dabei. Grand Prix von Großbritannien in Silverstone mit mir am Auto von Sebastian Vettel und Mark Wepper. Du auch schon drauf? Dein Gesicht ist da am Auto drauf? Mein Gesicht ist am Auto drauf. Ich würde die beiden schneller machen. Ich würde auch dabei sein. Wie mache ich das? Ganz einfach. www.facesforcharity.com und dann spende mindestens 15 Euro. Der Alex gibt sicher mehr und dann ist auch dein festes Gesicht drauf am Rb8. Weißt du, ich finanzieren wir das mit ein paar Wetten mit dir? Ich bin immer. Aber ich werde es sicher machen. Man möchte ja auch dabei sein. Coole Geschichte. Log mich gleich nachher ins Internet ein, wie du gesagt hast. Aber ernst, ein paar Euro legen wir auf die Seite. Für Bügeleisen. Für Bügeleisen, weil so passt es so gut zum Gesicht. Faltig. Genau, danke, danke. Wie ist mir das abgegangen? So lange habe ich ihn nicht gesehen, den lieben Alexander. Und dann stellt er sich gleich ein mit der ungeschminkten Wahrheit. Ja, und ich bin natürlich dabei. Grand Prix von Großbritannien in Silverstone mit mir am Auto von Sebastian Vettel. Und Marc Wepper. Spende mindestens 15 Euro. Der Alex gibt sicher mehr. Und dann ist auch dein festes Gesicht drauf am Rb8. Weißt du, ich finanzieren wir das mit ein paar Wetten mit dir? Ich bin immer. Aber ich werde es sicher machen. Man möchte ja auch dabei sein. Coole Geschichte. Log mich gleich nachher ins Internet ein, wie du gesagt hast. Aber ernst. Du auch schon drauf? Dein Gesicht ist da im Auto drauf. Mein Gesicht ist am Auto. Wird die beiden schneller machen. Ich will ja auch dabei sein. Wie mache ich das? Ganz einfach. www.facesforcharity.com und dann... Ein paar Euro legen wir auf die Seiten. Für Bügeleisen. Für Bügeleisen, weil so passt es so gut zum Gesicht. Faltig. Genau. Danke, danke.